Da kommt was? Rechts, 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 rechts! Ach, Leute. Klipp! Jetzt seh ich nix dran. Ich hab's hier. Dreh mich ein, dreh mich ein. Nein, Quatsch. Ich weiß schon was du machst. Ne, alles gut. Hallo, hör euch mal. Hör auf mit der Quacker. Okay, zu dem, auf ein Rohr, Infanterie auf ein Rohr. Kann ich nicht riesen. Okay. Nochmal, auf kein Bild. Ja, Entschuldigung. Ich brauche das Abstand. Ich muss nachladen. Und? Und? Ja, schon auf. Schüsst wir zu weit? Nix da. Wir sind ja schon weiter gewesen. sobald sie sich aufkommt naja, halt weg die sterben schon fleißig am Cap alter ja, wirklich mehr und die gleiche dann kann man das halt nicht mal machen das ist für uns jetzt auch nee, gar nicht mehr, das geht ja nicht mehr wie gesagt also, keine Ahnung haben sie es nicht geschafft ich bin da mit dem Punkt schon 2 ich werde tatsächlich den Punkt stellen wollen auf 1 Uhr Infanterie hinterm Baum rechts dann kommt dein Pferd in den Schotten ab dann kannst du auch nach oben ja, das war ein guter Treffer so, war schön, ne? dann haben wir Fahrt und dann mit Freude genau der Typ hat beim respawn gekillt dass er so runtergesprungen ist, oder so der Lodschi ist wohl weg, ja sie nicht mehr live fahren wird aber das sind auf jeden Fall Deutsche auf dem Dach und auf dem Punkt aber das sind auf jeden Fall Deutsche auf dem Dach und auf dem Punkt aber dann können wir uns erstmal an den Tiger dann können wir uns erstmal an den Tiger dann können wir uns erstmal an den Tiger ja Tiger fährt jetzt Richtung Westen nicht mehr stationär Richtung Westen? Hä? ja, anscheinend hab man es gehört? weißt du es von uns, oder? was ist hier Wolverine? Sonder Tessler voraus Tessler voraus Tessler voraus Warte, stopp, ich hab was gehört sorry ich fahre nach oben Alter 11, 11 10 ungefähr ja, warte aber nur noch 2 HE dann fahr ich hier weg 10 MSP 8 Uhr 8 Uhr MSP ich muss ja erstmal aus dem Graben raus hier ist zu viel Deutschen links kommst du hoch aus 7 Uhr kommst du hoch 6 Uhr dann kann man das MSP noch killen ja, ja genau hinter uns ist ein Panzer Commandant ja hieß das MSP von hier aus? äh da muss ich mal kurz suchen warte, ich steck mal um ja, 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 ja ich seh's, ich seh's ja ah ja ich kann nicht zeigen, ich seh's auch das war ein Treffer weg jetzt ja genau ich kann da halt nicht gut treffen da ist so'n scheiß Zaun da nicht ran da ist so'n scheiß Zaun da nicht ran da ist so'n scheiß Zaun da nicht ran ja, da ist ja glaube ich hier in der Richtung also äh 4 HE noch ok wir leiden nicht auf ok, fahr ich noch ein Stück zurück da fährt was ok hier ich seh's gehört ich seh's gehört das ist ne PAK ja, das ist ne PAK äh, das ist ne PAK ja, das ist ne PAK achte Achtung da ist so'n scheiß das ist ne PAK ich seh's gehört das ist ne PAK ich hab' den PAK um den jetzt nochmal umzuladen Irriger Panzer wird geschossen von irgendeinem anderen Panzer Langsam, oder? Aber wir haben es dann wieder mal packen Da steht doch noch Loll Wie ist denn da da hingekommen? Keine Ahnung, freu mich nicht Ich fahre ein Stück weit Nene, fast fast Nö, fast fast Nö, jetzt fang ich gleich reparieren Ja, jetzt kannst du Oder vielleicht ein Platz Das ist doch Bis hier mit zwei Panzer gehört auf ein Ja, genau Aber Was hält denn da aus jetzt? Komm schön in die Seite Kette Aufm Mh Popmarker Da Südlich von uns soll ein MSP stehen Das können wir uns mal vor Tiger auf Hauptstraße hinsicht Aber mein Messer ist ja Gelernt Genert Der soll genau zu uns kommen So in die Richtung So richtig dreckig von hinten reinfahren Da ist der Panzer Zehn? Ja Treffer Scheiß lange Scheine hier Weißt du was? Weißt du was im SP? Weißt du was im SP? Ja Ich glaub da ist der Panzer auch Ja der ist hier voraus Jetzt hier auf unserer 1 Das hat sich jetzt nirgendwo Und Jetzt einfach schnell her auf die Straße Dann haben wir ihn Das ist die jetzt erst runter Dann kannst du die abschaufeln Ja Ja kann ich machen Steck los Das ist die Sonst für den Traum Mach ganz dicht Das ist die sauerung Scherung 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 Reparaturstation ist hier sowas untergeschaufelt Dass du nichts machen kannst Dann kann ich ihn Scherung 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 Endlich ist er ruhig, ey. Ich lasse die Repersion stehen, damit der Tiger denkt, er kann hier reparieren. Ach, den Tiger sieht's er weg. Infanterie links. Ah, wir fahren ja erstmal weg. Hab ihn. Ja, schon. Ich schaufel die Repertern komplett, ist hier ab. Unser Panzer. Wundert mich nicht, stand da viel zu lange rum. Ich schaue die Repertern. Ich schaue die Repertern. Ich schaue die Repertern. Sehr gut. Komm von links, ja. Da lag einer auch. Ah, Täler? Ja Wird wohl ein Rally sein oder MSP? Ja Urbane Täler des Surfers Boah, 30 Dicke Zarten die sind noch GG Woll 1 Squat Ja Ja